hallo ihr leben ich habe heute ein video ausgesucht was ich schon vor einer weile gedreht habe und hat immer noch nicht so richtig das gefühl wie geht es damit jetzt so und möchte euch ich habe jetzt noch ein zweites video was ich euch demnächst zeigen werde aber das ist jetzt so mein erster versuch mit dieser art von technik das set habe ich bei amazon bestellt gehabt und habe dementsprechend dort dann auch so ein bisschen zubehör bekommen und es geht um die technik mit alkoholingfarben da habe ich ja schon bei dem epoxy tarts mitgearbeitet diesmal sind es jetzt zwar auch alkoholingfarben aber ich habe es jetzt einfach mit dem set dann einfach gedacht ich nutze das jetzt und da ist ein besonderes papier mit bei dieses papier ist das nennt sich synthetik papier jupo und ich habe es mir auch nochmal extra gekauft wollte aber so für meine allerersten versuche wollte ich dann eben halt schauen dass ich erst mal mit den kleineren papier ihr seht es so postkartengröße erst mal ausprobieren was ist möglich wie kann es funktionieren ich lasse auch ganz bewusst relativ normal durchlaufen also das ist wirklich die normale 1 zu 1 zeit wie gesagt es ist ein reines ausprobieren jetzt von meiner seite ja auch gewesen wie reagieren die farben und ich habe euch da gerade noch gezeigt das nennt sich blending solution diese flüssigkeit sagt dann halt eben aus dass man damit dass da bewegt sich die farbe noch mal ganz anders mit und ich fand die effekte gar nicht so schlecht muss ich mal sagen ich habe jetzt zum beispiel eben halt wie gesagt dass noch papier jetzt einfach noch mal ein bisschen größer gekauft in a4 und habe es noch ein strohhalm zum pusten weil ich mit meinem föhnen immer das nicht ganz so schön hinbekomme also man kann mit dem möglichkeiten halt da auch mit reinbringen ich habe jetzt auch beim nächsten mal habe ich dann auch mit goldfarbe gearbeitet also mit dem goldstift was ich auch schon beim epoxidharz für die ränder nutze und genau also dementsprechend ja von dem set was ich jetzt nutze habe ich zwei stück und hat er jetzt in dem moment erst noch mit dem eingearbeitet und da sind drei farben mit drin da sind roten gelb und blau und permanent marker diesen habe ich jetzt allerdings noch nicht weiter so genutzt aber werde ich bestimmt auch noch mal in zukunft viele wo ich jetzt zum beispiel auch ein video gesehen habe dann malen halt viele so aus dem was da entsteht so so mit blumen zum beispiel gebilde also was man da so sieht das habe ich jetzt so ein bisher nicht gemacht und war für mich jetzt auch gar nicht so vordergründig weil ich eben wie bei acrylic pouring oder eben auch beim epoxidharz gerne diese kreation so haben möchte wie die farbe so kommt also ihr merkt also viele techniken die ich ganz toll finde nutze ich weil dort die spannung relativ groß ist was wird daraus jetzt werden und ähnlich ist es eben auch halt bei dem alkohol ink und genau ihr seht schon dieses auf diesem synthetik papier diese farbe die zerfließt so schön die verbindet sich auch mit den anderen farben sehr schnell und also es ist so ein unglaublich schönes ausprobieren auch damit wie reagiert diese alkohol inkfarbe und ich muss sagen ich fand den geruch unheimlich schwierig ist aber ein persönliches meinerseits ich habe jetzt nichts gefunden dass unbedingt eine maske notwendig ist ich habe es jetzt gemacht und aus dem grund alleine schon habe ich jetzt auch nach vertont weil das für mich jetzt einfach die leichtere variante jetzt war weil durch die maske reden ich rede ihm meistens immer schon sehr leise und dann durch die maske noch macht zeit nicht leichter und dementsprechend ist das dann eben jetzt auch so gewesen so ihr habt schon ihr seht schon ich habe die farbe jetzt aufgetragen und jetzt nehme ich das blending solution und schon verblendet sich diese farbe halt noch mal ganz anders und es macht auch in sohn sohn wie nennt sich das so ein ausblenden der farben halt möglich ihr seht mit der mit dem föhnen ich habe es nicht ganz so schön hinbekommen und finde es natürlich auch immer dann schade wenn das mit dem föhnen nicht funktioniert ich habe es bei so vielen auch gesehen dass das mit dem föhnen auch echt schöne effekte gibt wissen sollte man weil der föhnen ja sehr warm auch ist zum teil ich habe keine kaltstufe zum beispiel ist es dann halt eben auch das dass die farbe sehr schnell trocknet und man dementsprechend auch noch mal nach justieren muss und also dadurch das müsste halt bedenken ich habe es wie gesagt jetzt beim zweiten mal das zeige ich euch in ein zwei drei wochen ich weiß es noch nicht genau wann ich es einplan ich will nicht so oft hintereinander immer das gleiche zeigen wenn ich eine chance habe und aber ich habe es noch nicht komplett entschieden ich habe zwar immer ein paar videos im petto und möchte aber eben teilt euch die videos zeigen die für mich in dem moment halt richtig sich anfühlen ich hoffe das ist verständlich was ich meine dadurch da das ja wirklich ein reines hobby meinerseits ist will ich euch einfach das für mich richtige zeigen und genau also dadurch lasst euch ja so überraschen was nächste woche kommt falls euch übrigens meine videos gefallen lasst gerne einen daumen nach oben da oder ein abo freue ich mich auch gerade unheimlich dolle dass da sich ganz viele zu mir verölt haben und auch gerne bleiben möchten ich danke euch sehr von herzen allen abonnenten die aktuell da sind und noch dazu kommen also vielen vielen dank und wenn ihr fragen habt ich gucke mal dass ich es nicht vergesse dass ich euch die sets jeweils in in die infobox mit rein packe damit ihr wisst was ich genommen habe ich nutze gerne komplett sets einfach weil dann oft alles dabei ist was man braucht und nicht weil weil es billiger ist weil meistens sind die einzelteile tatsache billiger aber ich möchte euch ja auch zeigen dass mit diesem set könnt ihr gut starten und könnt ihr auch ausprobieren und das mache ich ja nicht anders also für mich war das mit dem alkohol ink und mit diesem papier halt noch mal was ganz anderes als jetzt mit dem epoxid hat also dadurch war jetzt eben das mit diesen kleinen blättchen ein wunderschöner anfang und habe es dann eben jetzt noch mal auf dem größeren papier gemacht und ich kann schon vorweg nämlich liebe die ergebnisse also lasst euch da ganz doll überraschen und ich zeige es euch sehr gerne ich gucke mal ob ich es eventuell sonst schon mal auf instagram poste das ergebnis aber wie gesagt das video kommt jetzt erst dann noch und probiert gerne aus ich fand es wirklich auch sehr kurzweilig ihr seht ja das video ist jetzt gar nicht so lang und dadurch klar kann man noch viel viel mehr ich wollte es jetzt aber erst mal mit zwei bildern probieren beziehungsweise ich glaube drei ich bin mir jetzt nicht mehr 100 pro sicher nehmt mir nicht öl das ist wie gesagt schon einen kleinen moment her wo ich das gemacht habe und aber ich fand das so toll irgendwie so dieses ich tropfe da mal hin ich tröpfe da mal hin und dann schaue ich was da rauskommt und ich bin mir jetzt nicht sicher ob man es für kinder empfehlen kann da bitte noch mal kundig machen es tut mir leid dass ich euch da keine info geben kann weil ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht machen einfach wegen dem geruch wegen diesem alkohol was da reinkommt ist deshalb würde ich es wahrscheinlich nicht tun und dementsprechend auf der verpackung ich gucke gerade noch mal steht jetzt auch nicht dass man es nicht machen kann mit kindern aber es steht natürlich auch die typischen warnzeichen drauf mit achtung achtung gefahr also dementsprechend ich glaube das sagt schon relativ viel aus also gehe ich davon aus dass ihr es am besten mit euren kindern nicht macht aber ich glaube für euch als erwachsene und am besten eine maske aufsetzen weil ich den geruch wirklich sehr sehr heftig fand würde ich tatsache immer mit maske machen ich habe es wie gesagt auch gemacht ich hatte ganz beim start weil ich den geruch gar nicht so einschätzen konnte habe ich es nicht gemacht aber ich habe es danach habe ich mir eine maske aufgesetzt und also dementsprechend auf jeden fall ihr seht schon hier der föhn der hat jetzt gerade so ein bisschen schön dass alles ein bisschen verblendet ich würde wahrscheinlich jetzt ich habe es jetzt bei dem ersten mal nicht gemacht würde ich eben halt nicht andersrum ich würde wahrscheinlich das auch noch mal mit gold ein bisschen verzieren was ich halt unheimlich schön fand jetzt beim zweiten mal und aber wie gesagt das hatte ich jetzt diesmal nicht gemacht und habe dann eben das jetzt so auch gelassen so ich hatte dann noch mal ein bisschen reingeschaut gehabt und habe dann noch eine version gemacht bitte so ein bisschen aufpassen dass ihr das nicht zu extrem macht weil dann wählen sich die blätter manchmal so ein bisschen das hatte ich bei einem von den dreien und habe dann wirklich das so leicht gewählt gehabt weil es muss ja trocknen letztendlich man kann also nicht einfach so irgendwie so ein beschwerer also zwischen zwei bücher anlegen irgendwie damit zeit nicht so wellig trocknet und also dementsprechend so ein bisschen schauen dass das halt sich nicht so richtig welt falls ihr übrigens ideen habt was ich gerne noch ausprobieren soll sagt mir gerne bescheid ich freue mich tatsache über ideen ich habe noch ein zwei drei vier sachen hier die ich gerne ausprobieren möchte probiere ja auch zwischendrin immer noch mal bei anderen techniken einfach wie zum beispiel acrylic poring dass ich halt ein bisschen was anderes ausprobiere mal sehen wie dann da die ergebnisse sind und aber wie gesagt ich freue mich halt auch unglaublich wenn dann irgendwie so neue sachen sind ich muss mal schauen ob ich irgendwas hübsches für ostern finde weil jetzt ist weihnachten und neujahr vorbei jetzt kommt ja auch dann ostern und ostern muss man natürlich auch ein bisschen vorbereiten und ja ihr seht auch hier verschwimmen die farben sehr schön oder verblenden verschwimmen klingt ja so merkwürdig hier habe ich jetzt auch den strohhalm genutzt und das fand ich jetzt für mich auch die bessere variante die habe ich jetzt auch in dem video was ich euch später mal zeige dann genutzt weil ich das halt für mich viel viel kontrollierter fand als jetzt den fön das ist aber auch immer eine frage vom handling wie das für sich halt braucht und nutzen möchte das kann bei jedem anders sein wie gesagt ich finde den strohhalm für mich jetzt die bessere variante und ich hatte tatsache noch einen aus plastik und die selbstverständlich noch aufgebraucht werden ist ja wie im laden die ganzen plastik becher und strohhalme die werden ja trotzdem noch verkauft aus einfach weil die sollen natürlich nicht deswegen weggeschmissen werden weil sie jetzt eigentlich nicht mehr produziert werden also dementsprechend ich war letztens jetzt auch in der apotheke überrascht dass ich tatsache noch eine normale tüte bekommen habe und aber auch das ist halt immer noch im gebrauch und also dadurch wie gesagt ich finde es mit dem strohhalm auf jeden fall viel viel leichter und kontrollierter also probiert euch da gerne mal aus also manche kommen ja mit dem fön auf viel viel besser klar das ist wie beim epoxid tarts viele haben so ein heiß luft fön um das zu machen und ich nutze ein heiß luft fön nicht weil jetzt mal unabhängig davon dass ich nie den richtigen für mich gefunden habe aber ich nutze halt meistens ein feuerzeug beziehungsweise so eine art wie sage ich immer creme brüelle brenner und den man so in der küche halt auch nutzt und dadurch lasst euch da nicht von abbringen wenn ihr das gefühl habt dass es das für euch was am besten passt dann nutzt das auch für euch hier seht ihr nochmal zeige ich euch nochmal die ergebnisse und wenn euch das video gefallen hat wie gesagt gerne einen daumen nach oben oder ein abo und ich freue mich auf nächsten sonntag bis dann tschüss bis dann 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 Vielen Dank.